so freunde hier bin ich wieder mit einer weiteren folge und mal sehen was uns heute hier erwartet in der letzten folge haben wir einen bösen buben wir mal eingefangen und war mit cd unterwegs was Die Böden sind in diesem Ort, Abigale Robertson! Marston! Abigale Marston, Frau Marston für dich! Frau Marston für dich! Warum lässt du ihn bleiben? Er hat eigentlich ziemlich gut gemacht, in einer Art nicht sinnvollen Art. Wer ist das? Keine Ahnung. Freund oder foe? Wir werden bald wissen. Es sind die Gettys. Von Proghorn Ranch? Ja. Mr. Milton! Mr. Milton! Duncan! Sir, Ma found some old furniture in the attic. Pa thought maybe you folks wanted as a housewarming present, you know? Uh, they send their regards. How kind they are! Tell your Ma and Pa we're very touched. Where would you like the furniture? Uh, just over here. Then we can arrange. This is real kind of y'all. You saved the ranch. Pa said this is the least he could do. Well, that's about everything. Send your Pa my best regards. Tell him, he's got friends for life and me and my family. Bye, sir. Ma'am. I can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. How about we take a ride into town? It's been ages since we spent any time together. It has. Let's go get the wagon. Okay, let's go. I feel like we ain't done nothing together like this since... Since, uh... Since forever? Maybe not forever, but... A long time. We ain't had the time, you know? We've both been working... hard. And now we got something to show for it. Grant. This life. It's so nice, John. I hope it'll only get nicer. Ah, that's so nice of the people. That's all they brought us... We brought... We brought... May I help you, my lady? Oh, John. Move. Never move. 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 And now to Blackwater. Okay. We want to buy a little bit more... How about with bananas? Do you want anything to do? You said there were some things we still needed. We can buy them from that catalog. Let's go have some fun. I know your idea of fun, John Marston. Oh. I ain't had a drink and... Well... I left those things behind me. No, I mean... Good. Wholesome fun. Like, uh... Decent folk have. We decent now? I guess. Well, decent or not, I still got some erics to run. That's fun. What would you like to do? Maybe... Get our portrait tube, for starters? Portrait? There's a fella in town, takes photographs. You want to stare at a portrait of yourself all day long? I hate to break it to you, but you ain't that much to look at. No. I want a picture of us. Me and you. Okay? Okay, then. Sure. Is there anything else you want? I don't know. Well, let's just, you know, walk around and see where it takes us. I do have to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. Hell, looking after themselves may even be good for them. They'll starve. And that may be good for them, too. If any luck, Jack and Charles will eat uncle. Don't get my hopes up. So maybe you're right. We'll stay. You know I am. Okay, then. Portrait it is. I'll just put us here. Let me help you down. Why are you being so courteous? I don't know. There you go. I'm gonna head to the Drapers for a minute. It won't take long, but I need to get some materials. You want to come with me or wait here? And after that, we can go get our photo taken? Yeah, after that, we can get our photo taken. Alright. Let's get that picture taken. It means that much to you. It does. Today it does. You're acting kind of funny. I am kind of funny. A different kind of funny. Am I annoying you? No. I like this version of you. It just... It just ain't you. Well, maybe I've changed. Finally? I don't know. Probably not. Come along with you. You really are acting funny. Are we doing this? Are we doing this? No one is there. You would probably want to make the photo a bit more hip, but... Well, if no one is there... Then we'll make a photo. Hello, Madam. Sir. Hello, Sir. How can I help you? We're... We'd like to get our photo taken. Oh, photo. Yes, yes. That I can help you with. Yes. So... What do we do? I'm sorry. What did... What did you want? A... Portrait taken. Oh, we do that. Yes. Wonderful. Handsome couple. Quite... Something, but you need a background. Background? Yes. We have Niagara Falls. Paris by night. We have Mount Vesuvius and its ruins. We have the open prairie. Take a look. Pick one. What do you think? Let's see the others. Just pull the lever, there, to release the next one. How about this one? It's dramatic, ain't it? Let's see what else they got. This is pretty. Or spooky, maybe. Let's see everything. Ganz wie du willst, Emigale. That's nice. Like being back home. Was that all of them? Keine Ahnung. Mal gucken. This is... This is a bar. Surely there's a photograph of you in a bar already. Look. This was your idea, John. It's up to you. You've seen all of them. Anything you like? I would say we need this one before. What do we call this? This one? Wonderful! That would be simply perfect. You know, I wish I had the Congo River. But they require a grass skirt. I couldn't afford them. It's just so exotic. You stay there. I'll make a pose that you feel comfortable with. Well, this is dignified. Try to enjoy. I think I'd rather be cleaning the outhouse. I think you were a cowboy. Oh, a dog. Oh, a dog. What's wrong? I learned from the best. That's true. Okay. Okay, there are we in the arms, so we have to go to the back. Beautiful! No, outside. No, outside. To dance. No, that might be the one. Nee, das kann das nicht sein. Das passt eher zum Kaffee, zu einer Bar oder sowas. Das ist gerade umgekehrt. Du bist auch zauberhaft. Nee, das ist... nein. Hier sitzen beide. Das muss hier auch noch kommen. Beide sitzen und einfach draußen. Ja, wie sieht's aus? Hm. Na ja. Wie wäre es denn? Und das ist so. Ja, lass uns mal so in die Hand nehmen. So. Genau, das nehmen wir. Wie ist das? Perfekt. Ich hätte ja alles sagen können, das Blitz. Das kennen die doch noch gar nicht. Ich werde das für dich entwickeln. Warte hier. Geh dein Zeitpunkt. Was? Nichts. Nichts überhaupt. Tough guy. Gunsling. Entschuldigung? Nichts. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur... Post. Schau. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Das stimmt. Hier... kam aus... Schön. Ja. Schau dir das Gesicht auf dich. Ich habe nichts gesagt. Was ich dir verdiene? $5. Hier geht's. Danke. Ich werde dich wiedersehen. Oh, ja. Probierlich kommt in eine Poste. Er scheint sich zu erinnern. Bis jetzt. Okay. 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 Wie sehen wir? You sure? 當然. Die Marveld der Zeit. Ich liebe Marveld. Okay. Okay, gut. Dann hoffen wir mal, dass es ein guter Film läuft, ne? Hallo, zweimal bitte. Der hat keine Ahnung, was das geht. Okay. Na dann. 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 Wieso? Na dann. Na dann. Ich denke, ich bin. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Du bist wirklich verrückt. Ich bin nicht. Ich komme. Du bist ein komischer Mann, John Marston. Was für Jim Milton? Oh, er ist noch schlimmer. Ich helfe dich in. Wie gesagt, ziemlich strange. Ich mag die Räume. Seit wann? Du kannst du gar nicht schwimmen. Ich habe keine Planung auf den Kabel. Ich wundere, wer ist das Boot? Es geht nicht. Wir haben sie zurück. Ich hoffe, dass sie nicht denken, dass wir... Sie nicht denken, dass sie nichts denken. Sie denken, dass wir sie entfüren. Ich hoffe, dass sie nichts bekommen haben. Sie ist seaworthy, okay? Relax. Schau mal. All ich sehe, ist ein strange Mann, Rowan. Ich dachte, es war John Marston, aber ich glaube, dass er mit einem Impostor wurde. Nicht schau mal an mich, schau mal an. Das Wasser. Okay, ich schau mal an. Hier ist gut. Es ist nicht schön. Ich weiß, was ich... ... ... ... ... ... ... ... ... Willst du mich heiraten? Entschuldigung, ich bin mit dir heiraten. Nein, ich meine, proper. Vor Gott. Bist du ernsthaft? Ich habe diesen Ring. Ich habe ihn für lange Zeit. Ich nehme ihn. Bist du ernsthaft? Ich würde mich sehr glücklich machen. Wenn du... Wir leben viele Leben. Wir leben nur diesen von jetzt. Du und ich. Jack. Eine Familie. John. Ich habe nie... Ich wusste nicht, was mir wichtig ist. Es war nicht. Es war nicht. Aber jetzt ist es. Wenn du denkst, dass das dumm ist... Ich... Ich bin... Entschuldigung. Hh. 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 Amen. 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 Es ist nicht schön, einfach hier zu stehen und die Musik zu laufen. Ja, Leute, das war mal sehr schön, finde ich. Und die Kühe machen Muuuuh. Ach, war das schön. Und auch irgendwie ein bisschen traurig. Also das hat einen schon richtig berührt und gerührt und geschüttelt und überhaupt. Der Hahn hat gegrät. Ist das denn schon wieder Mittag oder sowas? Hätte ich was gesagt hier? Nein. 6.49 Uhr. Genau. In der Früh. So. Aber dann beende ich diese Folge mal an dieser Stelle hier am Zaun. Und schaue dann noch so ein bisschen nach vorn. Vielleicht kommt da noch irgendwer vorbei hier. Was ich nicht glaube, aber man weiß dann nie. Und dann sage ich bis in dieser Folge Danke, dass du heute dabei warst. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Bye, bye. Copyright Untertitel. Joellenprakt der Archte